Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Webinar Absicherung und Finanzierung im Export im Rahmen der virtuellen oberösterreichischen Exporttage 2020. Diese virtuelle Veranstaltung wird organisiert vom Exportcenter Oberösterreich. Das ist eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftskammer Oberösterreich beziehungsweise dem Land Oberösterreich. Ebenfalls willkommen heißen darf ich die vier Experten, die im Webinar ihre Erfahrungen und Einschätzungen mit uns teilen. Beginnend mit der Damen der Runde, Frau Angelika Zoder von der Internationalen Handelskammer in Wien, Herr Alexander Knabel, Prokurist der Accredia Versicherungs AG, weiters Herrn Patrick Sagmeister, Leiterstellvertreter der Außenwirtschaft Austria und Franz Schalk, Gruppenleiterstellvertreter der Oberbank für Exportfragen. Mein Name ist Christian Matzinger. Ich bin in der Sparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Oberösterreich tätig und zugleich Geschäftsführer der oberösterreichischen Kreditgarantiegesellschaft, der Unternehmensbeteiligungsgesellschaft und des oberösterreichischen Hightech-Fonds. Bevor wir in das Programm starten, zwei kurze Informationen für alle. Sie können jederzeit Fragen stellen und schriftlich. Sie haben im Menü unten die Option F von A. Wir werden diese Fragen sammeln und am Ende des Seminars so weit als möglich darauf eingehen wollen. Und ein weiterer Punkt ist, das Webinar wird aufgezeichnet und wird ab nächster Woche unter der Webadresse exportcenter.at-exporttag zum Nachschauen verfügbar sein. Ja, was erwartet uns heute in diesem Webinar? Wir möchten in den kommenden 60 Minuten Einblicke gewähren und Tipps geben, wie das Einmaleins in der sicheren Exportabwicklung ablaufen kann. Es wird darum gehen, inwieweit sich Abläufe und Herangehensweisen durch die Pandemie verändert haben oder noch verändern werden und was sie bei Exportgeschäften aus finanzieller und rechtlicher Sicht stets beachten sollten. Auch hier hat Covid teilweise zu sehr, sehr neuen Fragestellungen geführt. Okay, ich darf Herrn Patrick Sagmeister bieten, dass er uns im Rahmen eines Impulsstatements zum Thema Covid-Learnings für Exporteure Informationen zur Verfügung stellt. Bitte darum. Guten Morgen von meiner Seite. Herzlichen Dank. Ich versuche jetzt mal meinen Bildschirm zu teilen. So, also dann nochmals herzlich willkommen zu unserem Webinar. Es freut mich sehr, dass ich hier den Anfang machen darf und ein bisschen auf das Thema einstimmen darf, die Internationalisierung in Zeiten von Covid. Ein paar Sachen haben sich geändert und ich würde da gern ein bisschen ein Stimmungsbild ausgeben. Die Hauptpunkte meines kurzen Statements in den nächsten 12 bis 15 Minuten werden sein, ich werde ein bisschen über Lieferketten sprechen. Natürlich in aller Munde, was wir hier verbessern können, auf die Bedeutung des Exports eingehen. Ein kurzes Stimmungsbild abgeben unter unseren Auslandsniederlassungen und dann schauen, was die Außenwirtschaft Austria für sie machen kann. Lieferketten ist wahrscheinlich das Erste, was einem einfällt, wenn man spricht über das internationale Geschäft in Zeiten von Covid. Wir haben ja eine Tendenz gehabt in den letzten Jahren, Jahrzehnt oder noch mehr, quasi, dass die Lieferketten immer internationaler geworden sind. Das sind Sachen in China produziert worden, veredelt in Afrika, wieder zurück nach Asien, assembliert in Osteuropa, verkauft in Nordamerika. Keine Ungewöhnlichkeit, aber man hat jetzt gesehen, dass das jetzt nicht mehr ganz so reibungslos geht. Also da wird jetzt eine Veränderung eintreten. Die ganze Geschichte war in der Vergangenheit immer sehr preisgetrieben. Da kommen jetzt einfach andere Sachen wie die Verlässlichkeit der Lieferketten hinzu und das bewirkt ganz andere strategische Überlegungen. Eine Folge daraus, ich glaube, das ist unbestritten, aber wenn es in der Realität vielleicht noch nicht ganz so greifbar ist, aber auf jeden Fall in vielen Zimmern werden Strategie geschmiedet, wie man diese Lieferketten regionaler oder sogar vielleicht nationaler macht. Und warum ist das für Österreich so wichtig? Liegt eigentlich auf der Hand, kleines Land, sehr international, Exportsquote von über 50 Prozent. Und da ist die Verknüpfung mit dem Ausland sehr, sehr groß. Bei unseren Exporten, was wir haben, haben wir eine quasi ausländische Wertschöpfung enthalten von einem Drittel. Ja, also das müssen wir mal reinbekommen. Und von all unseren Importen sind fast 42 Prozent Vorprodukte, die wir wieder brauchen, um Sachen zu fertigen. Und was dann noch besonders beunruhigend ist, in einer Umfrage, die wir vor kurzem gemacht haben, haben auch wiederum fast ein Drittel der Befragten gesagt, sie haben Probleme gehabt, quasi Zulieferprobleme gehabt, die sie durch die Covid-Situation ergeben haben. Und was noch schwieriger ist, 41 Prozent der Unternehmen haben gesagt, sie haben eigentlich keine Alternative für gewisse kritische Lieferanten. Und das, so wissen wir jetzt, zum Ende von 2020, kann durchaus ein Problem darstellen. Zu dem Regionalen und Nationalen kommt natürlich noch dazu, dass man diese Entwicklung der internationalen, multinationalen Organisationen wie der WTO, wo die Regeln gebrochen, wo Länder austreten und sich nicht an die Spielregeln halten. Und hier kommt es dann auch oft zu regionalen Zusammenschlüssen. Auch neulich und diese Woche, das RCEP, das Regional Comprehensive Economic Partnership, wo eben die ASEAN-Länder dabei sind. China, Japan, Korea, Neuseeland, Australien. Also ganz eine wichtige Region, wo wir da versuchen, quasi zusammen zu einem Freihandelsabkommen zusammenzuschließen. Und das sind auch so regionale Sachen. Da geht es nicht um Handel, da geht es um Wertschöpfungsketten, was man in der Region halten will. Und noch extremer sieht man das vielleicht im ASEAN-Raum, die auch sehr, sehr erfolgreich bei der Bekämpfung des Virus sind, wo man auch viel liest in den Zeitungen von Travel Bubbles, wo man schauen will, dass die Länder die Situation recht gut im Griff haben. Und wo man dann auch schaut, dass man die Sachen in der Region hält und versucht, sich autarker zu gestalten. Also das ist ein großes Thema. Ich finde recht schön, kann man die Situation auch an die, also diese Situation mit den Handelsströmen an der Beschaffung von Schutzausrüstung für Österreich festmachen und zeigen, wie man früher quasi gemerkt hat, okay, wir brauchen viel mehr Schutzausrüstung. Aber wir haben unsere Lieferanten in China. Hat sich herausgestellt, oui, das geht jetzt gar nicht mehr so leicht mit den Grenzen. Wir kriegen nichts rein. Wenn wir Lieferanten, wenn es doch gegangen wäre, so haben die Lieferanten abgezogen worden für die Eigenproduktion in China, standen nicht mehr zur Verfügung und da zu kaufen. Es sind zum Teil neu entstanden, weil man hat natürlich gemerkt, in China, oui, da ist viel Geld zu machen. Die Qualität war hier aber nicht so gut. Das hat dazu geführt, dass besondere Gesetzgebung gekommen ist, dass man gesagt hat, bevor China dann immer mit Schaden erleidet, müssen wir schauen, dass da gute Ware rausgeht. Das heißt, wenn man dann die Ware gehabt hat, war der Zoll wieder überfordert, weil die Gesetzgebung war so kurzfristig. Und wenn wir es dann einmal da durchgehabt haben, waren dann die Logistikprobleme. Also da hat man sehr schön gesehen, was das heißt. Und in weiterer Folge auch die Reaktion. Man hat sich natürlich in Österreich gleich bemüht, das nationaler zu machen. Die Hygiene Austria, ein Joint Venture von Lansing und Palmas hat dann eine Produktion aufgenommen, quasi mit Rohstoffen von Lansing, Noah von Palmas, um das eben nationaler zu machen. Das ist recht ein schönes Beispiel, um zu sehen, wie solche Sachen zusammenhängen und was dadurch entsteht. Potenziale und was können wir machen und was bearbeiten, beobachten wir in unserer Arbeit. Ich glaube, ob es jetzt eine Gründung, eine Niederlassung ist oder Beschäftigung einer Ansprechperson vor Ort, ich glaube, die Rolle der Niederlassungen der österreichischen Firmen wird sich ändern müssen. Die Niederlassungen müssen autarker agieren können und es bedarf natürlich auch einer anderen Betreuung. Und wenn es keine Niederlassung ist, man muss Partner vor Ort haben, die ein gewisses Pupor haben. Sachen zu machen, das Unternehmen zu vertreten, das ist ganz, ganz wichtig. Das sieht man jetzt zum Beispiel auch in China, ist die Situation zum Glück schon eine sehr gute. Da finden Messen statt. Nur kann aus Österreich niemand hinfahren. Das ist sehr schwer bzw. unmöglich, ein Visum zu bekommen, auch wenn man dann in die Quarantäne dort gehen würde. Vorher ist es sehr schwer. Darum ist es wichtig, dass man vor Ort ist, dass man Partner hat vor Ort, die das übernehmen können, die auch die Firmabetreuung übernehmen können. Das Ganze natürlich stärkt diese neue Rolle der Niederlassungen, stärkt den operativen Betrieb des Unternehmens sehr. Eine Erweiterung der Lieferatenbasis ist natürlich ein Hauptanliegen von vielen. Man braucht mehrere. Es sollte wahrscheinlich auch regional ein bisschen ausgewogen sein. Natürlich, die Beschaffung bekommt einfach eine ganz andere Priorität. Europa wird wieder attraktiver. Wir beobachten jetzt nicht, dass jetzt alle das total shiften. Auf NH sind wir jetzt ein bisschen überregionaler, also jetzt nicht nur China. Und viele überlegen sich halt wieder Europa. Das gibt es natürlich auch für die Produktionen, wo wir wissen, dass sehr viel Arbeit im Hintergrund geleistet wird und Überlegungen hier wieder mehr nach Europa zu ziehen. Lagerbestände sind natürlich auch ein großes Thema. Die Lagerbestände müssen höher sein. Das führt natürlich in Vergangenheit, wo immer lean, das große Wort. Es muss alles lean sein, alles just in time sein. Tendenz lean can also be mean, um das in einem kleinen Wortspiel auszudrücken. Also hier, das ist wirklich ein Thema, wo ein Sinneswandel stattfindet. Auch im Sinne von der Sicherheit hat es ja auch gegeben, die strategische, diese Arbeitsgruppe von Krisenbedarfsdeckung, SKKM, staatliche Krisen- und Katastrophenmanagement von der Bundesregierung. Und da gibt es ja quasi klare Empfehlungen auch von Unternehmen, besonders in einigen Branchen, aber generell hier Lagerstände zu halten. Also das in diesem Bereich, was ich jetzt angesprochen habe, das sind Bereiche, da müssen wir arbeiten, da müssen wir neu denken. Und das, glaube ich, in diesen Bereichen hat es eine Änderung bewirkt. Der Export, um nur ganz kurz darauf einzugehen, muss ich wahrscheinlich den Teilnehmern vielen nicht erzählen, aber für uns als Österreich ist der Export da. Mehr als 50 Prozent gehen in den Export, wir haben 150 Milliarden plus Exporte, es sind 1,5 Milliarden Shops, hängen direkt an den Export. Pro Kopf Exporte sind wir sehr gut, wir exportieren in 200 Ländern. Die Entwicklung war auch bis 2019 eine sehr positive. Bei 2020, wenn wir rechnen, das ist in der Größenordnung von 10 Prozent, so stehen die Zahlen zurzeit, rückläufig sein wird. Also Export ist ganz, ganz wichtig und das ist auch der Grund, warum sich Österreich eine Export, eine Internationalisierungsagentur, für die ich arbeite, leistet. Wir sind die Partner im Ausland und wenn Sie sich gedacht haben, wir haben aber keine Niederlassungen und wir sind nicht, wir haben noch keinen Partner dort, wo wir vielleicht schon vereinzelt Kunden haben, denken Sie daran, wir haben 100 Büros weltweit. Das heißt, Sie haben 100 Büros weltweit, wir sind Ihr verlängerter Arm vor Ort jetzt noch viel mehr wie sonst, weil jetzt können Sie uns wirklich selber nicht hin. Briefen Sie uns, wir können die Kunden betreuen, wir können hier für Sie aktiv werden, wir können einfach sehr konkret als Ihr verlängerter Arm aktiv werden. Die Internationalisierungsagentur, was hier auch steht, Internationalisierung in diesen Zeiten heißt natürlich auch wieder viel mehr, das haben wir immer gemacht, aber jetzt viel mehr. Es geht nicht nur um Exporte, sondern es geht darum quasi, sie an internationale Wertschöpfungsketten anzubinden, die richtigen und auch diese Wertschöpfung und schauen, dass sie auch hier eingebunden sind, richtige Zugquellen. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, also die Sachen reinholen. Was die Innovationsagentur holen wir schon seit ein paar Jahren Ideen rein, aber es geht jetzt sehr stark darum, diese Einbindungen in die Wertschöpfungsketten. Und wir werden nicht komplett ohne unseren Kollegen in den Bundesländern, in Oberösterreich, an der Landeskammer, die Außenwirtschaft, hier gibt es ein sehr starkes Know-how im Bereich von wie bekomme ich die Produkte wirklich raus und rein. Die ganzen technischen Formalitäten, die sehr, sehr wichtig sind, besonders jetzt, nicht nur für die Produkte, auch für die Menschen, für die Arbeitskräfte, wie bekommt man die rüber, dass die Pendler bei uns arbeiten können. Das ist auch ein ganz wichtiger Bereich. Das machen wir, wir fragen, ich habe schon gesagt, wir befragen unsere Niederlassungen jedes Jahr und hier die grünen Balken, das ist schwer leserlich, aber ich kann auch sagen, was die sagen, dass das Wichtigste ist, ist in Summe das große Thema Networking, dass man mit Gleichgesinnten zusammenkommt, dass man Leute kennenlernt, dass man Informationen bekommt. Der zweite hohe Balken ist dann diese Vorsprache und Intervention bei Behörden, ganz ein wichtiger bei Zollgeschichten, bei Importbestimmungen, also das ist ein ganz wichtiges Thema, wo wir direkt als verlängerte Antwort intervenieren können und dann, und das sehen wir fast als unser Herzstück, wir suchen Ihnen die richtigen Partner. Es gibt so viele Möglichkeiten, im Internet gibt es tausende Firmen zu jedem Thema, die etwas anbieten, wir suchen Ihnen die richtigen, die verlässlichen Partner, es ist das, ganz schön, wenden Sie sie bitte an uns diesbezüglich. Auf die andere will ich jetzt nicht alle eingehen, aber das sind uns die drei wichtigsten Punkte. Wir haben auch die Unternehmen gefragt, naja, wie geht es, also nicht die Unternehmen, sondern die Niederlassungen österreichischer Unternehmen im Ausland, in Europa und im Übersee, natürlich, das ist nicht überraschend, zwei Drittel der Unternehmen, ich muss sagen, diese Werte sind jetzt ganz neu, wir haben noch nicht alles ausgewertet, wir haben für Europa, Frankreich, Deutschland, Italien und Schweiz und für Übersee, China, Japan, Indien und USA ausgewählt, es sind ungefähr 650 Unternehmen dabei und nicht überraschend sagen natürlich, dass natürlich die Wirtschaftslage hat sich geändert, zwei Drittel, bemerkenswert ist hier, dass die Situation im Übersee schon wieder positiver gesehen wird, ja, in Summe in diesen Ländern, wie in Österreich, wie in Europa, Europa tendenziell ein bisschen negativ. Die Einschränkungen, die die Unternehmen erfahren haben, liegen in Europa bei, sagen, also 33 Prozent, sagen sie, haben starke Einschränkungen erfahren durch die Gesetzgebungsschutzmaßnahmen und Lockdown und in den Übersee waren es 50, also da haben wir da offensichtlich weniger darunter gelitten. Nachfragerückgang in beiden, bei ungefähr der Hälften, Investitionen sind in Europa in einem geringeren Ausmaß betroffen als in den Übersee, in Europa waren es, oder, Entschuldigung, in Europa waren es sechserseits zwei Drittel der Investitionsprojekte, deshalb gehen wir normal durch, in den Übersee waren es ein bisschen weniger und der letzte Punkt, der hat mich einfach freut und drauf wollen auch reingeben, kein direkter Zusammenhang, aber, dass unsere Rolle wahrgenommen wird als Netzwerker, Kontaktvermittler und Unterstützer im Ausland, deshalb, für Sie als Motivation, nützen Sie das, Sie zahlen dafür, wir haben die Leute draußen, nützen Sie diese Leute, damit Sie auch in diesen Zeiten ein gutes Geschäft machen können. Im Moment, was noch einmal wichtig ist, zusammenfassend, individuelle Beratung, natürlich tagesaktuelle Informationen zu Reisevorschriften, Sons-Events-Probleme gibt auch, nicht nur im Groß, auch die Menschen reinzuholen, ist oft ein Thema, wo wir sehr stark bei Gesetzesvorlagen oder Verordnungen schauen, dass man hier nichts vergesst, mit den Händlern hat es oft Sachen gegeben, wo sie die Wirtschaftskammer eingebracht hat, damit das hier noch funktioniert. Natürlich schauen wir, dass wir die Wirtschaft am Laufen halten, ja, das Covid verlangt viel von uns ab, wir brauchen auch Geld und das wird in der Wirtschaft produziert, darum müssen wir dranbleiben, wir machen Veranstaltungen, meist virtuell zur Zeit natürlich, wir haben heuer unseren großen Exporttag virtuell gehabt, den Afrika-Tag vor kurzem, Mobility-Tag gestern, auf der Messe, eine Weltleinmesse im Medizintechnikbereich sind wir mit einem virtuellen Stand, ich weiß, das hat alles Vorteile, der Vorteil ist nämlich, die Reichweite ist viel größer, wir sind uns bewusst, dass die Qualität der Kontakte oft nicht vergleichbar ist mit einem Face-to-Face, wo man sie wirklich kennenlernt und sprechen kann, aber wir schauen, und da gibt es ein großes Angebot, auf wko.at finden Sie unsere Veranstaltungen. Und das ist das Wichtigste, nochmals, wir sind für Sie überall vor Ort, Sie haben 100 Büros weltweit, Sie sind überall vertreten und das ist das, was Sie jetzt brauchen, damit Sie wahrscheinlich zum Großteil bestehenden Kunden betreuen können und Informationen aus erster Hand bekommen. Neugeschäft helfen wir natürlich auch, ist eine große Herausforderung jetzt und das ist sicherlich ein Punkt. Wir machen Veranstaltungen, wo es geht, wo man hinreisen kann, machen wir auch quasi richtige Veranstaltungen, es ist jetzt was geplant, noch wir Anfang Dezember, auch noch Tanzania, Ruanda ist was geplant, Wirtschaftsmissionen heuer nach Reisen, es gibt sie, wer da dabei sein will, bitte wko.at, und da werden Sie an mich, meine Kontaktpersonen, Daten kommen, jetzt beim Anschluss. Und denken Sie daran, die Go International, die Nationalisierungsoffensive von BMW, also vom Wirtschaftsministerium, von der Wirtschaftskammer, läuft noch bis Ende März. Es gibt besonders hier auf diesen Digitalisierungsscheck, will ich hinweisen, schauen Sie, dass Sie digital fit werden im internationalen Bereich, das wird gefördert bis 7.500 Euro, wirklich einfach, greifen Sie da noch zu bis Jahresende, schauen Sie, dass Sie da einfach in diesen virtuellen Bereichen einfach top aufgeschützt sind und da ist das sicherlich der richtige Schritt in dieser Zeit. Am Ende steht hier noch unser Projekt, der Global Value Change, das denkt ein bisschen den Bedarf ab, den ich genannt habe. Wenn Sie hier strategisch überlegen und wenn Sie sich hier verbessern wollen, hier wird es Veranstaltungen, Workshops und Individualberatung geben. Wenn Sie das interessiert, wenden Sie sich bitte an mich. Hier sind meine Kontaktdaten. Es war mir eine große Freude, dass ich zu Ihnen kurz sprechen darf dürfen heute Morgen und gebe jetzt das Wort wieder zurück nach Oberösterreich. Vielen Dank und einen erfolgreichen Tag. Vielen Dank, Herr Sackmeister, für Ihre Ausführungen. Es war ein sehr informativer Überblick über das aktuelle Thema Export in Zeiten von Corona. Wir wechseln jetzt zur Talkrunde und bei der Talkrunde darf ich begrüßen nochmals die Frau Angelika Zoder von der Internationalen Handelskammer in Wien, den Herrn Alexander Knabel von der Acredia-Versicherung und den Herrn Franz Schalk von der Oberbank. Wir haben das Thema oder die Fragen, die Themen in mehrere Blöcke eingeteilt. Ein erstes Schwerpunktthema sind Lieferschwierigkeiten und andere Probleme rund um Covid. Ich beginne mit der Frau Zoder. Frau Zoder, Covid beschäftigt uns ja seit mehreren Monaten. Das Risiko einer Pandemie oder anderen Katastrophen sind im Regelfall unwahrscheinlich, aber grundsätzlich allgegenwärtig. Darum meine Frage, welche Vorkehrungen kann ich als Unternehmen in meinen Verträgen treffen, um im Fall einer Pandemie und der sich daraus ergebenden Einschränkungen nicht auch noch schadenersatzpflichtig zu werden, wenn ich meine Lieferverbindlichkeiten nicht oder nur teilweise oder nicht zeitgerecht erfüllen kann? Das Wichtigste ist, glaube ich, Sie müssen Vorkehrungen in Ihren Verträgen treffen. Das konnte man früher schon tun, nur es war den Leuten nicht so bewusst. Was sie brauchen im Wesentlichen ist eine Klausel zu höherer Gewalt oder wie man international sagt, force majeure, wo man also definiert, wenn so ein völlig unvorhergesehenes Ereignis eintritt, das von den Vertragsparteien auch nicht vermeidbar ist, dann wird man nicht haftbar aus dem Vertrag. Das heißt, man kann es mir nicht leisten, aber es ist keine Verschuldensfrage. Man läuft nicht in Penalen etc. hinein. Und das, was besonders wichtig ist, ist, so eine Klausel hineinzugeben. Wir haben Ihnen eine zur Verfügung gestellt. Ich kann sie gerne mit Ihnen teilen, aber Sie können sie auch nach dieser Veranstaltung erhalten. Die ICC hat so eine internationale Klausel definiert, in Langform oder in Kurzform, die man verwenden kann. Und das empfiehlt sich auch für alle künftigen Verträge. Natürlich für die, die man bereits abgeschlossen hat, hilft es nicht. Aber in Zukunft. Und das, was man im Hinterkopf behalten sollte, ist noch etwas Zweites. Das eine ist die force majeure Klausel. Und wir alle wissen nicht, was in den nächsten Jahren noch kommt. Es können noch ganz andere Schwierigkeiten im internationalen Warenverkehr auf uns zukommen. Also denken Sie daran, in Zukunft so eine Klausel in Ihrem Vertrag aufzunehmen, weil das kann Ihr Leben sehr wesentlich verleichtern, damit Sie eben nicht schadenersatzpflichtig werden etc. Das Zweite, was man leider auch sagen muss, wir sind jetzt bereits in einer Pandemie. Wir kennen Covid-19 bereits. Das heißt, die force majeure Klausel alleine für jetzt neu abgeschlossene Verträge hilft nur bedingt. Weil wir wissen ja schon, es ist nicht unvorhersehbar, sondern wir sind mittendrinnen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Vertrag abschließe, würde ich auf jeden Fall die force majeure Klausel nehmen, weil wir wissen ja nicht, was sonst kommt. Aber zusätzlich würde ich auch versuchen, eine Regelung in den Vertrag aufzunehmen, wo klar ist, wenn ich zwar leistungswillig bin, aber vielleicht einfach nicht leisten darf. Und das ist die wahrscheinlichste Variante in dem derzeitigen Szenario, dass es immer wieder nationale Vorschriften gibt, die die Leistungsfähigkeit einfach eindämmen, indem es keine Visa gibt, indem es keine Transporte gibt etc. Da muss ich in meinem Vertrag einfach eine Vorsehung machen. Da muss ich eine Klausel einfügen, die sagt, wenn ich leistungsbereit bin, aber aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften zum Beispiel nicht darf, ist das ebenfalls kein Verschulden im Vertrag. Und das sollte man gerade jetzt nicht vergessen. Ich möchte weiter fortsetzen mit Herrn Schalk. Wir bleiben beim Thema Lieferschwierigkeiten. Herr Schalk, wie wirken sich Verzögerungen in der Lieferkette auf die Vertragserfüllung und die Liquidität bei Unternehmen aus? Gibt es da schon Erfahrungswerte? Ja, auch von meiner Seite noch schönen guten Tag. Grüße und danke, dass wir da dabei sein dürfen. Grundsätzlicherweise, wir haben gerade in Situationen wie diesen, wie wir es jetzt erleben, wissen wir, Liquidität ist Trumpf. 2008, 2009 haben wir eine ähnliche Krise gehabt, gleich anderer Ursprung, aber die Auswirkungen sind sehr, sehr vergleichbar. Und viele Unternehmen haben gelernt, ich brauche Liquiditätspolster. Und man hat sehr, sehr schnell geschaut, wer hat Liquiditätspolster, wer hat vorgesorgt, wer hat nicht vorgesorgt. Zusätzlich hat die ÖKB relativ schnell, also eigentlich sehr, sehr schnell, einen zusätzlichen Rahmen von fast drei Milliarden zur Verfügung gestellt, wo im Prinzip Mittel für KMUs, aber auch für Großunternehmen zur Verfügung gestellt wurden. Eine sehr unbürokratische Antragstellung wurde auf die Beine gestellt und man konnte da wirklich sehr gut Geld abrufen und Liquiditätspolster schaffen, um einfach einmal durchzutauchen. Nur wenn man das Gefühl kriegt, die Ausreichung von Veröffentlichung des Programms ist erst die Möglichkeit, ich kann Geld von der ÖKB haben. Da haben wir drei Wochen gebraucht. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr schnell für eine Förderstelle, da wirklich zu unterstützen. Das Programm ist sogar jetzt noch verfügbar. Während wir uns versucht haben, die Unternehmen von dieser Seite zu unterstützen, haben die auf der Lieferkettenseite sehr viele Probleme gehabt. Klar, die Chinesen fernost, die wollen liefern, können aber nicht liefern, weil keiner kommt ins Werk, kann arbeiten, ich habe kein Schiff, ich habe alles nicht. Teilweise gab es schon Vorauszahlungen an die Kunden, an die Lieferanten, verzeihen Sie mir. Ja, das Geld war draußen, war es noch nicht da. Ich kann aber auf der anderen Seite, wenn ich keine Ware habe, kann ich es auch nicht weiterverkaufen. Also da gab es Engpässe. Man hat dann relativ flott umgestellt für neue Lieferungen und hat gesagt, akkreditiv, dann da Ware, da Geld. Das ist sehr gut, hat dann funktioniert. Das führte zu einem richtigen Revival von Akkreditiven, hat uns aber auch grundsätzlich nichts genutzt, weil wenn kein Schiff geht, kann ich keine Lieferdokumente einreichen. Führt hat das Ganze wirklich dazu, dass Lieferanten und Abnehmer, sprich unsere Exporteure in Österreich, enger wieder zusammengerückt sind. Nachhaltigkeit nicht nur als Umweltthema, sondern vor allem auch als Qualitätsthema. Verlässlichkeit ist in die Forderung gerückt. Und das hat auch geholfen, ein bisschen mehr Verständnis in die ganze Geschichte zu bekommen. Man hat auf sehr viel Qualität geschaut. Auch das, was der Sagmeister angeführt hat, zu sagen, okay, heute, wie kann ich das besser machen als in der Vergangenheit. Spiegelverkehrt war das, glaube ich, beim Exporteur. Ich bin da, ich will liefern, kann aber nicht liefern. Wie mache ich das, wie stelle ich das um? Für Anlagenbauer total schwierige Situation. Ich denke jetzt nicht einmal für so exotische Länder, sondern für Deutschland. Auf der einen Seite wollten Anlagenbauer ihre Techniker schicken, durften sie aufgrund von manchen Bundesländern nicht hin schicken in Deutschland. Andere Bundesländer erlaubten das. Während die einen Obnehmer gesagt haben, bitte kommst du nicht auf die Bausteine. Und die anderen geschrieben haben, wo seid ihr denn? Wir möchten fertig machen. Also die Situation war irrsinnig schwierig. Und da hat eben die Überbrückungsfinanzierung von der ÖKB sehr gut geholfen. Wie gesagt, das Programm ist noch immer zur Verfügung. Nur, wir haben halt schon festgestellt, dass viele Exporteure, und auf der einen und auch auf der Verkaufsseite ihre Verträge überarbeitet haben. Ich will erfüllen, kann nicht erfüllen. Wie ist das Vertrag geregelt? Trotzdem, was die Frau Zoda angesprochen hat, war in vielen Verträgen leider Gottes nicht berücksichtigt. Und wir sagen auch unseren Kunden, bitte schaut auf das, weil der Vertrag ist der Angelpunkt für die Erfüllung, dafür, dass ich mein Geld bekomme. Weil, wenn alles gut ist, ist alles nett. Nur da, wo es in Schwierigkeiten ist, brauche ich einen guten Vertrag. Und da verweisen wir immer wieder auf die Experten von der ICC, die haben Vertragsmuster. Und ab und an sein eigenes Vertragsmuster, das Exporteur auf die Probe zu stellen und das mit einem unabhängigen Muster, wie es das von der ICC gibt, zu vergleichen, das stellen wir dem Kunden immer wieder nahe, legen wir ihnen nahe, damit wir da keine bösen Überraschungen erleben können. Danke, Herr Schalk. Ich möchte zurückkommen zu Frau Zoda. Das Thema, was tue ich, wenn in Zeiten von Covid-19 ein Vertrag zwar prinzipiell durchführbar wäre, aber ich mit unverhältnismäßig wirtschaftlichen Härten rechnen muss? Ich nenne nur ein Beispiel, zum Beispiel eine Installation beim Kunden vor Ort im Ausland durch eigenes Personal meiner Firma. Dann stellt sich heraus, meine Mitarbeiter müssen jeweils zweimal 14 Tage in Quarantäne. Kann ich da was dagegen tun oder was soll ich tun? Da gilt im Wesentlichen dasselbe wie bei höherer Gewalt. Das würde man international eine Hardship nennen. Also die Sache ist prinzipiell durchführbar, aber wirtschaftlich wohl nicht zumutbar. Im österreichischen Recht ist das nicht so eindeutig geregelt, aber man kann es vorsehen. Und da beraten wir auch. Also neben den Vertragsmustern, die bereits mein Vorsprecher erwähnt hat, bieten wir auch Individualberatung an. Und da gibt es immer wieder Klauseln, wo man sagen kann, ja, wir sind leistungsbereit, aber wenn zusätzliche Kosten auf uns zukommen, die ich nicht zu vertreten habe, die vielleicht in deinem Heimatland auftreten, aufgrund behördlicher Vorschriften, die trägt der Kunde zum Beispiel. Das würde dann insofern helfen, als zumindest die Quarantäne-Kosten im Ausland vom Kunden zu tragen werden. Solche Dinge kann man einbauen, wenn man daran denkt. Das ist halt für bestimmte Branchen, wie bereits der erwähnte Anlagenbau, der in Oberösterreich einfach sehr, sehr viel Gewicht hat und sehr gut präsentiert ist, von entscheidender Bedeutung. Das kann man machen. Man muss nur daran denken. Und wie gesagt, wir unterstützen Sie da auch gern dazu und nehmen bemerkt kostenfrei. Okay, danke. Wir wechseln das Schwerpunktthema und kommen nun zu Zahlungsausfällen und dem Schutz davor. Ich setze wieder fort mit Herrn Schalk. Herr Schalk, welche Schritte lösen einen Zahlungseingang überhaupt aus? Das heißt, welche Inko-Terms oder welchen Inko-Term empfehlen Sie beziehungsweise ist die Mitwirkung eines Abnehmers notwendig? Ja, grundsätzlicherweise, das ist immer so die Gretchenfrage, die ich oft bei Kunden höre, egal ob es im Ein- oder im Verkauf ist. Es gibt kein Ideal. Man muss da wirklich sich das ganze Geschäft anschauen, das ich jetzt absichern möchte. Am Ende des Tages geht es aber auch die Marktmacht. Hat der Abnehmer oder der Lieferant die Marktmacht? Wer entscheidet? Wer hat das Know-how? Diese Dinge spielen da meistens noch mehr Grün hinein, als dann effektiv die Hard Facts. Hard Facts sind, welches Gut habe ich? Habe ich eine Spezialmaschine? Habe ich eine Standard-Bohrmaschine, die ich verkaufe? Die kann ich ewig sehr schnell an einen anderen Abweiter geben. Habe ich eine Spezial-Tunnel-Bohrmaschine, die ein paar Millionen kauft? Da werde ich wahrscheinlich nicht so viele Abnehmer haben. Genau auf das muss ich achten, wenn ich so einen Inko-Term mache. Wie versende ich das Ganze? Geht das Ganze per Schiff hinaus? Dann habe ich halt FOP, FAS und so weiter als typische Inko-Terms. Die gehen aber nicht, wann ich es mit dem Zug verschicke oder mit dem LKW verschicke. Dann ist der nächste Grund, wie bin ich aufgestellt und kann die Verzollung machen? Kann ich die machen? Habe ich das Know-how bei mir im Haus? Soll das der Abnehmer machen? Wer hat das Know-how? Wer kann das überhaupt machen? Weil das sind alles so Fallstricke, wenn ich die nicht überlege, dann habe ich nicht erfüllt. Und schlicht und ergreifend, erst dann, wenn ich meinen Vertrag erfüllt habe, entsteht ja eine Forderung. Und erst dann, wenn die Forderung entstanden ist, gibt es die Zahlungsverpflichtung vom Abnehmer. Das klingt jetzt wie eine Binsenweichzeit oder eine Milchmädchenrechnung, aber so einfach ist die Welt eigentlich. Da zurückzukommen, es genügt nicht nur zu sagen, ich habe einen Inko-Turm. Das ist nett, das habe ich letztens wieder erlebt. Da hat einer irgendwie lustigerweise hingeschrieben, FVB Washington, von dem man ganz objektiv hat, dass das sehr zum Schmunzeln ist. Aber alleine Washington, ja, welches? Wir wissen, es gibt jetzt gerade mit den Wahlen hinter uns ein schönes mit einem weißen Hausdorf, aber es gibt insgesamt in den USA laut Google 87 Washingtons, an welches liefert ich? Das gehört genau ausdefiniert. Also nur zu sagen, ich habe einen Inko-Turm, das reicht nicht. Ich muss den auch genau definieren, wohin und bis wohin geht es, wo ist mein Risiko- und Eigentumsübergang. Da helfen Ihnen die Experten bei den Speditionen, auch die ICC, aber auch die Banken. Wir schauen uns das gemeinsam an. Weil, wie gesagt, wichtig ist die Vertragserfüllung. Ja, nur dann, wenn der Vertrag erfüllt ist, dann entsteht die Forderung, dann habe ich Dokumente, die kann ich dann in einem Akkredit einreichen und komme zu meinem Geld. Aber auf der anderen Seite auch, erst mit dem Stehen der Forderung, deckt ja im Endeffekt auch die Forderungsversicherung. Ja, wenn der Kunde nicht zahlen will, weil ich ihn nicht erfüllt habe, da hilft mir eine Forderungsversicherung auch nichts. Es hilft mir eine Forderungsversicherung dann, wenn ich erfüllt habe und der Kunde dann nicht zahlen kann oder will oder halt auch in den Verzug geraten gekommen ist. Danke. Okay, dann kommen wir gleich zur Absicherung. Herr Knabel, eine Frage an Sie. Die Accredia versichert ja das Risiko bei österreichischen Exporten gegen Zahlungsausfälle. Genau, genau so ist es. Jetzt stellt die Pandemie, wie wir es schon gehört haben, zwar allgegenwärtig, ist aber doch ein eher unwahrscheinliches Risiko da. Naja, die Pandemie, die Covid ist die erste Pandemie seit 1922. Also es ist nicht so, dass die Pandemie so häufig auftritt. Aber natürlich ist es ein Modell, das eigentlich systemkritisch ist. Das heißt, es ist eine systemische Krise, weil natürlich unsere klassischen Versicherungsmodelle darauf, der letzten 30, 40, 50 Jahre, darauf nicht greifen können. Und da muss man natürlich in der Risikobeurteilung vielleicht weiter ausholen. Wir haben einen ganz großen Vorteil aus Accredia und wir repräsentieren ungefähr 55 Prozent vom österreichischen Markt, dass wir Teil des größten globalen Kreditversicherers der Welt sind und das Risikobewertungsmodell dieses Kreditversicherers Euler-Hermes, wo Euler-Hermes 49 Prozent Mutter ist von Accredia und wir daher eine wirklich globale Beurteilung von Risken vor Ort vornehmen können und aus diesem Euler-Hermes-System, das heißt IAP, de facto die aktuellen Bewertungen der Grades holen und dann aber sehr wohl noch in Österreich das Potenzial haben, das Pouvoir haben, auf Basis dieses Grades, sprich dieser Vorortbeurteilung, das noch einmal praktisch zu überarbeiten. Und nur auf Basis dieses globalen Systems ist es uns eigentlich gelungen, Covid und die Schockstarre am Markt, die ja einige Zeit lang, sage ich einmal zwei Monate auch geherrscht hat, die da im Jänner, Februar dann gekommen ist, primär war es einmal ein italienisches Risiko, aber es hat sich ja dann wirklich global verbreitet, zu managen. Ich meine, man muss sich einmal die Menge vorstellen. Accredia-Style des Risikomodells ist zuständig für die Beurteilung von Österreich und Ex-Jugoslawien und hat derzeit, dort seit aktuell 197.000 Limite unter Beobachtung und im Management. Euler Hermes managt alleine in Deutschland für den deutschen Markt national drei Millionen Firmenrisiken. Also man muss sich einmal die Größenordnung dieser globalen Beurteilungsmaschinerie vorstellen. Und natürlich, das hat angefangen mit Italien im europäischen Umfeld, gleichzeitig mit China, aber gibt es ja immer wieder Risk-Assessments und zu sehen, okay, wie kommt man hier weiter, wie fährt man hier auf Sicht, weil eines ist klar, große globale und strukturelle Voraussagen, wie wir den Risiken sehen, in einem Jahr, in zwei Jahren wird es ja schwierig sein. Wir sind gerade im zweiten Lockdown. Wir hoffen alle, dass es keinen dritten Lockdown gibt. Wir wissen das aber alle nicht. Und dementsprechend, und da gehe ich wieder auf die Worte von Herrn Schalk von der Oberbank zurück, Liquidität ist primäre Informationsquelle bei der Beurteilung von Firmen im Moment. Wie können praktisch, wie kann ich bei einem Italiener sehen, wie schaut Tesla aktuelle Liquidität aus bei einem Franzosen, genauso wie bei einem US-Amerikaner oder einem, was ich unlängst hatte, einem Kolumbianer. Das heißt, die Beurteilungskriterien, wie schaut die Liquidität aus, wie schaut natürlich auch das aktuelle Zahlungsverhalten aus. Und hier gibt es natürlich die klassischen verschiedenen Systeme, wie auch Länder, Firmen bereit sind, aktuelle Informationen über ihre Geschäftssituation zur Verfügung zu stellen. Ich habe erst unlängst wieder mit einer Firma gesprochen, die nach wie vor ihre 2019er Zahlen nicht zur Verfügung stellt. Das ist natürlich dann extrem schwierig, hier eine aktuelle Beurteilung überhaupt abzugeben, weil natürlich Aktualität ist Trumpf. Das ist so. Und mit dem muss man natürlich, und wir fahren natürlich auf Sicht, das ist ganz klar, und versuchen hier natürlich auch unsere volkswirtschaftliche Aufgabe. Wir repräsentieren 55 Prozent des österreichischen Marktes natürlich abzuwickeln. Aber es ist natürlich eine große Herausforderung. Keine Frage. Danke. Ich möchte zurückkommen zu Frau Zoder und eine weitere Frage stellen. Welche Möglichkeiten, vor allem im Hinblick auf die vertragliche Gestaltung, bieten sich für Unternehmen, um Zahlungsrisiken bei Exportgeschäften zu minimieren beziehungsweise überhaupt weitestgehend zu vermeiden? Ich glaube, wenn man realistisch ist, muss man von minimieren reden. Natürlich perfekt für einen Verkäufer ist 100 Prozent Vorauszahlung und dann arbeite ich. Nur in diesen paradiesischen Zuständen lebt man nur ganz, ganz selten. Das heißt, ich muss mir wirklich überlegen, was ist mein Produkt? Was sind dabei die typischen Risiken? Es macht ganz was anderes, wenn ich ein Standardprodukt habe, das ich auf dem Markt vielfach verkaufen kann oder eben individual angepasste Maschinen zum Beispiel, wie heute schon erwähnt. Und da ist es ganz wichtig, dass Sie wirklich die bankmäßigen Sicherheiten wie Akkreditiv oder Bankerin, die der Herr Schalt vorher schon erwähnt hat, genau mit dem Vertrag abstimmen. Das muss sozusagen, stellen Sie sich vor, wie ein Zahnrad, das ineinander greift. Und wenn dieses Zahnrad gut ineinander greift, sind Sie relativ sicher. Was Ihnen, die Banken können sehr viel für die Exporteure hier tun. Die können bankmäßige Sicherheiten zur Verfügung stellen und das auch prüfen. Aber eine Bank kann niemals prüfen und wird es auch nicht tun, sozusagen, wie passt diese bankmäßige Sicherheit zu meinem Vertrag, weil den Vertrag kennt die Bank nicht. Das heißt, Sie müssen in Ihrem Unternehmen vielleicht, ich sage, es ist ein bisschen wie ein Handwerker. Sie müssen herangehen und Sie müssen sich vielleicht auch einmal aufzeichnen auf einem Blatt Papier, zu sagen, wann bekomme ich wie viel Geld, wann brauche ich welche Sicherheit und wie stimme ich darauf ab. Wann brauche ich ein Akkreditiv, wann arbeite ich mit einer Bankgarantie, wann arbeite ich vielleicht nur mit einem Inkasso. Aber da muss man wirklich einfach ganz pragmatisch herangehen und das müssen nicht Juristen sein. So ein erfahrener Vertriebsmensch kennt das auch sehr rasch. Wie stimme ich das ab? Und das, was Ihnen nicht passieren darf und das sehe ich leider manchmal in Unternehmen, sozusagen, dass eine Seite der Vertrieb sehr engagiert im Verkauf arbeitet und die Leute, die die Sicherheiten prüfen sollen oder die die Bankgarantie in Auftrag geben, wesentliche Teile des Vertrags nicht kennen. Das darf nicht sein, weil dann kann es nicht zusammenpassen. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass man sozusagen irgendjemand, wer immer das im Unternehmen ist, das ganz genau einfach noch einmal drüber schaut, passt das zusammen. Und das ist, glaube ich, eines der wesentlichen Elemente, damit sie sozusagen die bankmäßigen Sicherheiten auch sinnvoll zu ihrem Vorteil und zu ihrer wirklichen Absicherung einsetzen. Danke. Ich möchte weitergehen zum Herrn Schalk und die nächste Frage, die an die Oberbank gerichtet ist. Welche Möglichkeiten gibt es für Unternehmen, die Bonität der ausländischen Abnehmer zu prüfen beziehungsweise zum Bonitoren? Und vielleicht dazu gleich noch eine weitere Frage. Wie können Unternehmen den rechtzeitigen und vollständigen Zahlungseingang sicherstellen, wenn es möglich ist? Ja, eine ganz spannende Frage, die wir nicht nur jetzt in Zeiten wie diesen hören, sondern immer wieder konfrontiert sind. Das klassische Mittel der Bankauskünfte ist Gott sei Dank gegen den Hintergrund gerutscht, weil ja die höchstens nur interpretierbar sind. Wenn ich eine andere Bank frage, wie geht es da mit dem und dem Kunden, kennst du den überhaupt? Generell, wir empfehlen, was wir auch selber tun, wir schauen uns die Auskünfte über Kunden an, von großen Auskunft ein, sei es Kredite von dann ein Preispreis wird, egal wie. Da muss man sich aber auch immer wieder vor Augen führen, die Qualität ist da sehr, sehr unterschiedlich von den Auskünften. Die reicht von einer ganzen Bilanz, die da drinnen ist, beziehungsweise historischen Bilanzen, wirkliche Bonitätsbeurteilung bis zu einem Kreditlimit, bis hin, ja, die Firma gibt es und der Telefon haben es auch. Der Preis ist relativ gleich für beide Qualitäten. Also man muss sich das dann schon anschauen. Was sich aus meiner Sicht wirklich anbietet ist, und das ist das, was viele Unternehmen leider Gottes noch immer vergessen ist, wir sollten auf die Wirtschaftskammer und die AHADs zurückgreifen. Die sitzen vor Ort, die kennen dort vor Ort die besten Auskunft ein, die kennen vielleicht sogar die Firmen, können dazu Auskünfte einholen, können nachhaken, wann die Auskunft entsprechend mager ausgefallen ist und da sollte man die Wirtschaftskammer wirklich toll mit einbinden. Das ist ein Service, das ist etwas, das ist ein Wettbewerbsvorteil, den die österreichischen Unternehmen haben, so viele Standorte wie wir hat kein anderes Land. Und wenn man sich dann die Größe von Österreich anschaut, ist das wirklich sehr, sehr beeindruckend. Aber nichtsdestotrotz, jetzt habe ich die Adresse bekommen, die Auskunft bekommen, das passt nicht, das gefällt mir nicht, dann muss ich halt schauen, wie kann ich die Bonität des Abnehmers ersetzen durch eine andere Bonität und danke Frau Zoder, ja, dann brauche ich bankmäßige Sicherheiten. Ist eine Garantie, ist eine Akkreditiv, das muss aber wiederum zum Vertrag passen, ja, das wiederum, muss man sich ganz genau anschauen, wie das ineinander zahnt. Und da hat die Frau Zoder absolut recht, da gehört die Kette immer wieder durch kritisch hinterfragt, sind denn alle über das informiert, ja, das sieht man am schönsten bei den Verträgen, gibt es eine tolle Seite, wo alle Liefer- und Zahlungsbedingungen auf ein, zwei Seiten zusammengefasst sind, oder ist es im Vertrag verteilt. Also das ist meistens so ein bisschen eine Indikation dafür, dass das nicht immer ganz klar strukturiert ist, auch im Unternehmen. Nicht immer, aber immer öfter. Was wir den Kunden empfehlen, ist auf jeden Fall auch eine Forderungsversicherung. Warum? Jetzt nicht, weil wir jetzt mit einer Forderungsversicherung eng, sehr eng zusammenarbeiten, aber das hat sich aus meiner Sicht, ich bin jetzt 25 Jahre im Exportgeschäft tätig, im Auslandsgeschäft tätig, das hat sich als probates Mittel empfohlen. Ich habe eine externe Meinung zu einem Kunden. Der Knabler hat es ausgeführt, alleine in Deutschland drei Millionen Firmenkunden werden gemonitort. Da habe ich relativ frühzeitig eine Rückmeldung für einen Kunden, den ich habe, passt der nur, passt der nicht, über die Limit. Ich habe bei dem Kunden ein Limit, ich sage eine Hausnummer über 100.000, eine Gredia schreibt zurück, puh, das Limit ist eingeschränkt worden, dann ist da beim Kunden etwas, was ich vielleicht noch gar nicht gesehen habe, und ich habe einen Frühwarnindikator. Ich kann dann mit der Gredia reden, versuchen herauszufinden, wo sind die Knackpunkte, ist es das Land, ist es der Kunde, kann dann mit dem Kunden reden, was ist los, ja, und wann die Bonität nicht passt, und wiederum schwenken auf eine bankmäßige Sicherheit. Und aus dem Ziel heraus ist es, oft schimpfen die Kunden dann, die Erforderungsversicherung haben, ma, mein Limit ist eingeschränkt worden. Ganz im Gegenteil, eigentlich ist es ein Frühindikator, der mich als Exporteur vor Schaden bewahrt. Nichtsdestotrotz, auch das gehört eng in den Vertrag verwoben. Da gehört wirklich, schaut, passt das, haut das hin, ist das auch abgedeckt, ja, und um auch hier für die Forderungsversicherung in die Bresche zu springen, ich kann mir auch gewisse Limite für gewissen Zeitraum auch sichern, für drei, sechs Monate, ja, kostet ein bisschen was, klar, aber ich habe ein tolles Informationsmittel und eine Verlässlichkeit für meinen Export, eine Planbarkeit. Hilft mir nichts, was ich nicht liefern kann, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, klar, aber wenn ich erfüllen kann, dann komme ich über die Versicherung zu meinem Geld und habe noch als kleine Sahnehäubchen auch noch einen Informationsvorsprung. Danke sehr. Abschließend zum Thema Zahlungsausfälle und Schutz, Herr Knabel, zwei Fragen noch an Sie ganz kurz. Wie schätzen Sie generell das aktuelle Zahlungsverhalten der österreichischen Wirtschaft ein, auf der einen Seite und gibt es aus Ihrer Einschätzung aus den vergangenen Monaten ein stärkeres Risikobewusstsein für unversicherte Firmen im Exportgeschäft? Danke für die Fragen. Wir haben in Österreich natürlich, wenn wir jetzt das rein nationale Geschäft ansehen, nach wie vor die eigentümliche Situation, dass wir nach wie vor wieder so neudeutsch als einen DSO, eine Date Sales Outstanding haben von 28 Tagen, genäß einer Statistik wie vor 10 Tagen in der Presse. Das heißt, es ist eigentlich sensationell. Das heißt, Österreich ist hier noch immer eines der drei global führenden Länder, was schnelles Zahlen intern betrifft. Aber natürlich wissen wir alle, irgendwann einmal werden die Finanzämter und die Sozialversicherungen ihre Zurückhaltung aufgeben müssen. Die Firmen müssen dann, wir haben ja derzeit auch weniger Konkursanträge als normal, also im normal guten Jahr. Und wir erwarten schon eine Welle praktisch, die dann, ich sage mal, im Frühjahr 2021 mit Insolvenzen irgendwann einmal dann kommen wird. Wir verzögern es heute. Wir haben ein bisschen einer Zombiestruktur im Moment, aber von den internationalen Zahlungen in Österreich ist die Krise bei den, sage ich jetzt einmal, nur national tätigen Firmen noch nicht angelangt. Natürlich haben Firmen, ich betreue einige Firmen, die sehr global unterwegs sind bei uns im System, natürlich, die haben schon ihre großen Zahlungsverzögerungen, aber die arbeiten auch teilweise mit 90 Tagen, Finemese, 120 Tagen. Ich meine, da habe ich natürlich auch dann einen gewissen Domino-Effekt, da bin ich sehr schnell dabei in einem Jahr Ausständen. Aber es bemühen sich eigentlich global derzeit alle noch sehr brav und sehr korrekt zu zahlen, teilweise korrekter als vor der Krise, weil natürlich jeder weiß, dass jeder den anderen ein bisschen beäugt und sagt, okay, wie geht es da denn eigentlich von der Bonität und vor allem nicht von der Bonität, sondern Liquidität. Liquidität ist absolut Trump im Moment, aber natürlich wissen wir, so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange, irgendwann einmal kommen die Karten auf den Tisch, zuerst einmal wird praktisch wird die Zurückhaltung der Finanzämter und Sozialversicherungen irgendwann einmal, muss das weichen und auf eine Normalität kommen, da wird eine erste Welle an Problemen Liquiditätstechnisch, Insolvenztechnisch kommen, das wissen wir, das erwarten wir und dann wird ein bisschen vielleicht Ruhe einkern, hoffentlich ein Aufschwung der Wirtschaft, vielleicht kommt immer davon ab, wie schnell kommt die Impfung und das nächste wird sein, wie wird sich das in den Bilanzen ausdrücken, was werden die Banken dann natürlich auf der anderen Seite auch irgendwann einmal mit diesen Bilanzen machen, dann wird eine zweite Nachwelle kommen, also das erwarten wir, das ist das eine zur Frage, wie sehen wir praktisch die Insolvenzsituation, die Liquiditätssituation. Das zweite ist Risiko-Awareness, wir hatten natürlich durch die Krise, das hatten wir 2008, 2009 auch schon, wobei die Krise meiner Meinung nach nicht wirklich vergleichbar ist, so dass wir durch Covid die neue Situation bei den Firmen so etwas hatten wie zwei Monate Schockstarre oder drei Monate Schockstarre, keiner hatte dann wirklich die Zeit, sich um das auch noch zu kümmern, wenn er bis dato nicht versichert war, weil er einfach geschaut hat, dass er seine Lieferanten etc. alles auf Vordermann bekommt, irgendwie das Handeln. Die großen Firmen in Österreich sind alle kreditversichert, das ist ein Thema, das ist gegessen, wo wir natürlich eine Unterversicherung in Österreich haben, das ist das klassische Gewerbe, hier gab es heute in der Hauptkrise ein gewisses noch immer Awareness-Problem, aber das hat sich jetzt langsam auch verändert, das hat im, ich sage immer, im August, September begonnen sich zu verändern, eigentlich in dem Moment, wo große Betriebe begonnen haben, Personalabbauungen zu kommunizieren praktisch. Ich sage jetzt Twarowski, ich sage jetzt MAN praktisch, wo diese Probleme aufgetoppt sind. Das hat bei vielen Firmen im Gewerbe einen Mentalitätsunterschied bewirkt und wir haben zum Beispiel jetzt schon, was vorher fast unvorstellbar war, unter Anführungszeichen, globale Polizen verkauft, also für revolvierende Lieferungen, normale Polizen, rein virtuell, weil natürlich unser Außendienst im Moment nicht zum Kunden konnte und kann. Also das heißt, es hat sich schon eine gewisse Offenheit jetzt eingestellt, die vorher natürlich nicht da war, aber natürlich, das Gewerbe ist nach wie vor, sage ich einmal, unterversichert, wartet, jeder schaut, naja, bei mir geht es eigentlich schon, aber ich warte schon, dass in der Branche eigentlich die Probleme kommen, aber es verändert sich hier sicherlich auch was und es verändert sich auch eine Offenheit gegenüber den digitalen Medien, nicht, auch das kommt. Also schauen wir mal, wie es wird. Okay, danke für Ihre Ausführungen. Ich möchte abschließend, jetzt haben wir uns über Liefer-Schwierigkeiten und Zahlungsausfälle beziehungsweise deren Schutz unterhalten. Ein generelles Thema ist sich die sichere Exportabwicklung. Noch eine Frage oder zwei Fragen an die Frau Zoder. Bei den vergangenen Fragen haben wir uns natürlich um einen Zahlungsausfall beschäftigt. Sehen Sie noch weitere Risiken im Export, denen sich chemische Unternehmen bewusst sein müssen? Absolut. Auf der anderen Seite und vielleicht im Ex- Okay, bitte. Jetzt? Sorry. Also wir haben jetzt viel über Zahlung gesprochen, das ist gut und richtig, aber das ist ja nicht das Ganze. Das nächste große Risiko, das man im Export haben kann, ist Haftung. Und zwar Haftung hat ganz verschiedene Grundlagen. Das bekannteste ist einmal Gewährleistung, dann Schadenersatz, vielleicht aus dem Produkthaftungsgesetz. Also Haftung hat ja ganz viele Grundlagen und Haftung ist, und da mahne ich immer zu einer gewissen Vorsicht, eigentlich Exlege der Höhe nach unlimitiert. Wir sind jetzt in Österreich relativ privilegiert, weil wir eine Rechtsordnung haben, also wenn Sie auch einen internationalen Vertrag dem österreichischen Recht unterlegen, dann können Sie in Ihrem Individualvertrag die Haftung limitieren. Ich sage nicht ausschließen, aber Sie können sie der Höhe und der Art nach begrenzen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil Sie dürfen nicht vergessen, eine Schadenersatzforderung kann im schlimmsten Fall weit über die Höhe des Kaufvertrags hinausgehen. Völlig unlimitiert. Und wir haben in Österreich die Möglichkeit, nützen Sie die auch. Sie können, bei Gewährleistung ist es noch relativ absehbar, das ist die Haftung an der Ware selbst, aber im Bereich Schadenersatz ist es eigentlich der Höhe nach unlimitiert, wenn Sie in Ihrem Vertrag nichts dagegen tun und man kann es adaptieren. Und das rate ich auch jedem, weil gerade Oberösterreicher ist ja bekannt für sehr viele Maschinen, Anlagen, Bauer, da ist Haftung eines der Fragen schlechthin. Und die kann ich weitgehend limitieren. Ich sage gleich einen Bereich, wo man nicht limitieren darf innerhalb der gesamten EU, das ist immer dann, wenn Leib und Leben eines Menschen verletzt sind, also bei Körperverletzungen und bei Todesfolge. Das machen Sie nicht, versuchen Sie es auch gar nicht, aber in allen anderen Bereichen, wenn es nur um entgangenen Gewinnen geht, um solche Dinge, da haben Sie die Möglichkeit zu gestalten, bitte nützen Sie die auch. Das ist nämlich ganz wichtig und darf nicht außer Achtung gelassen werden, weil selbst wenn Sie gezahlt haben, wenn Sie dann in die Haftung kommen und vielleicht ein Vielfaches des Betrages haften müssen, sind Sie in einer ganz schlechten Situation. Noch eine abschließende Frage für Sie. Gibt es Tipps von Ihrer Seite, was beim Aufbau neuer Geschäftsbeziehungen berücksichtigt werden soll? Was ist da essentiell derzeit? Da sage ich ein Schlagwort, wo wahrscheinlich der Herr Schalk aus Bankensicht nur milde lächeln wird, aber Know Your Customer ist nicht nur für Banken, sondern auch für Unternehmen einfach ganz, ganz wichtig. Und auch der Herr Sargmeister hat bereits gesagt, es gibt die Möglichkeit hier zu unterstützen und da möchte ich alle dazu auflösen. Es ist ganz wichtig, dass Sie Ihren Vertragspartner kennenlernen. Mir ist schon klar, dass es in Zeiten einer Pandemie viel schwieriger ist, aber trotzdem kommt es gerade darauf an, sozusagen alles an Möglichkeiten, wie man sich Informationen beschaffen kann, einzuholen. Erstens einmal ist es eine reine Frage der kaufmännischen Vorsicht, selbstverständlich, aber je besser Sie Ihren Vertragspartner kennen, desto eher können Sie auch mit unvorhergesehenen Situationen umgehen. Und das, was ich Ihnen halt auch nahe bringen will, wenn Sie jetzt einen langjährigen Vertragspartner haben und sagen Sie ja, Know Your Customer ist kein Problem für mich, so einfach ist die Sache nicht. Sie brauchen ja jeweils aktuelle Informationen. Da kann sich die Geschäftsführung, da kann sich der Eigentümer ändern. Da haben Sie ja ganz viele Themen, die damit verbunden sind. Das heißt, Sie müssen auch bei den Vertragspartnern, die Sie bereits haben, bei den Kunden, die Sie haben, wirklich das Know Your Customer Prinzip leider zu einer regelmäßigen Pflicht machen und sich nicht nur über finanzielles, sondern auch sozusagen über den Hintergrund des Unternehmens genau informieren. Weil wir haben jetzt eine Pandemie, aber es gibt ja noch viele andere Rechtsthemen. Es kann auch das seriöseste Unternehmen einmal in eine Schieflage geraten und da ist es wichtig, dass Sie wirklich aktuell drauf sind und sich diese Information verschaffen. Noch was Zweites, das haben wir vor allem zu Beginn des ersten Lockdowns gesehen, da waren sehr viele kleine und mittlere Unternehmen recht verzweifelt und haben versucht, im internationalen Bereich neue Vertriebswege zu suchen und haben dann Internetkontakte kontaktiert oder wurden aktiv kontaktiert. Da waren ganz viele Betrugsversuche dabei. Also es ist wirklich wichtig, dass Sie sich über die Seriosität Ihres Partners Informationen einholen und da wird Sie sicher die Wirtschaftskammer mit all ihren Außenstellen unterstützen. Da werden Sie, wie auch wir, Sie gerne unterstützen und auch die Bank kann manchmal da helfend eingreifen und nachschauen und das dürfte man nicht außer Acht lassen. Danke. Beenden wir die Talkrunde. Eine kurze Frage, ein Satz noch, Herr Knabel. Wie sieht die Accredia das nächste Jahr? Gibt es da Tipps? Insolvenztechnisch haben Sie uns in der Vorfrage schon einiges berichtet. Ein Satz noch zum Ausblick für nächstes Jahr? Ich will nur sagen, Frau Soda, vielen Dank für den Hinweis. Ich will nur darauf betonen. Risiko ist ein großes Thema, neue Customer ist ein großes Thema. Sie haben die Büros vor Ort. Wir können über einen normalen Desk Research hinaus zu den Firmen hinfahren. Wir können mit Leuten in der Community reden. Wir wissen, welche Projekte die Firma hat oder nicht hat. Das heißt, wenn die Bücher ein bisschen zweifelhaft ausschauen, aber die Marktstellung ist eine starke und positive kann das gut sein, aber in die andere Richtung, wenn die Bücher gut ausschauen, da kommt jetzt in der Pipeline gar nichts, sind das ganz wichtige Hinweise für Sie. Also nützen Sie das, es freut uns sehr, wenn wir Sie diesbezüglich wirklich intensiv unterstützen können. Okay, danke. Danke, Annalie, Talkrunden, Teilnehmer, für die ausführlichen Antworten zu den Fragen. Ich möchte jetzt aus Zeitgründen gleich überspringen. Es gibt einige Fragen aus dem Publikum, die wir noch beantworten möchten. eine erste Frage an die Frau Zoder gerichtet. Inwieweit ist die Force Majeure Klausel auch für Dienstleistungen relevant, zum Beispiel Beratung? Diese könnte ja theoretisch online stattfinden. Da gebe ich jetzt die Antwort, für die wir Juristen immer gehasst werden. Das kommt darauf an, nämlich darauf, wie Sie es in Ihrem Vertrag definieren. Ja, und so ist es leider. Man kann viele Dienstleistungen online erbringen, aber halt nicht alle. Und wenn Dienstleistung Ihr Geschäft ist, dann müssen Sie eine Force Majeure Klausel anpassen. Weil es gibt viele Dienstleistungen, die derzeit gar nicht durchführbar sind und andere sehr wohl. Das heißt, man muss es wirklich auf die individuelle Branche anpassen und sich ganz pragmatisch überlegen, wie ist das in meiner Branche? Also das lässt sich branchenübergreifend schwer sagen, aber prinzipiell kann man auch bei Dienstleistungen sicher höhere Gewalt geltend machen, wenn man es gescheit formuliert. Danke. Und eine weitere Frage oder mehrere Anfragen zum Weiterbildungsthemen IncoTerms, die werden wir jetzt nicht mehr beantworten, aber die stellen wir Ihnen im Nachgang allen Teilnehmern zur Verfügung. Ich würde bitten, einfach dann, wenn nächste Woche das Webinar online ist, da werden die Informationen dann vorhanden sein. Darf ich da ganz kurz noch dazu was sagen? Die IncoTerms sind sozusagen unser Produkt und wir machen diese Schulungen derzeit auch online. Natürlich machen wir sie sonst live, aber wir machen sie derzeit auch online, das heißt, wenn es da Bedarf gibt, Sie finden sie über unsere Homepage. Wer Fragen hat, auch nachher ein Mail an mich, die Kontaktadresse habe ich bekannt gegeben, das sollte kein Thema sein. Danke. Danke sehr. Ja, dann bleibt mir nur einmal übrig, mich zu bedanken bei allen Expertinnen und Experten für diese ausführlichen Informationen. Ich hoffe, Sie konnten wertvolle, anregende Informationen mitnehmen und wünsche Ihnen, nachdem es schon Freitag ist, schon ein schönes Wochenende. Danke, bis zum nächsten Mal, hoffentlich Face-to-Face. Wir müssen Wir müssen los 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 los